Das heutige Tagesupdate beinhaltet ein kleines Verletzungsupdate. Emanuel Ferrai trainierte heute individuell, Jonas Meffert fehlte im Training, dafür konnte Ludovic Reis erstmals nach seiner Schulterverletzung wieder normal mit der Mannschaft trainieren. Für Sebastian Schonlau geht es heute ins UKE fürs MRT und weiteren Untersuchungen. Ludovic Reis spricht über einen möglichen Einsatz gegen Hertha BSC. Mit der Schulter muss man immer gucken, wie es aussieht, aber ich fühle mich fit. Wir werden zusammen mit den Medizinern und den Trainern eine Entscheidung treffen. HSV-Kandidat Daniel Elfadli vom FC Magdeburg hinterlegt Wechselwunsch. Es gibt Interesse von mehreren Clubs. Ich hoffe, dass es zu einer Einigung kommt. Ich habe dem Club meinen Wechselwunsch hinterlegt. Ich hoffe, dass man jetzt eine faire Lösung für alle Seiten findet. Der HSV ist sich mit Elfadli längst einig. Interesse von Seiten des HSV soll es weiterhin geben. Allerdings sind die Ablöseforderungen von Magdeburg mit einer Million Euro zu hoch für den HSV. Ausgang ist noch offen.